Und ich kaufe immer mit der Überzeugung, dass die Börsen am nächsten Tag auch mal für fünf Jahre geschlossen sein können. Das ist für mich völlig in Ordnung. Manchmal wäre das sogar besser. Stell dir vor, beim Hauskauf, da schaust du eigentlich alle fünf Minuten den Kurs an oder den Wert deines Hauses und wirst nervös, wenn der mal um 10, 20 Prozent fällt. Es wäre manchmal wirklich besser, wenn die Aktienkurse einfach mal für ein paar Jahre stagnieren würden, sich nicht mehr bewegen würden. Dann würden die Leute endlich mal ihre Füße ruhig halten können und vom langfristigen Zinseszinseffekt zu profitieren.